hey leute und willkommen zu einem neuen video mit minecraft heute wieder zusammen mit dem lieben ripper und wir haben gedacht nachdem das letzte mal so gut angekommen ist mit unserem start machen wir jetzt ein bisschen mehr action rein wir haben ein bisschen beim server die überlebensstrategie dingsbums einstellung geändert ihr wisst was ich meine und gucken jetzt mal was passiert ich hoffe man sieht alles und ja wir haben jetzt einfach mal direkt also fangen jetzt mal direkt an bevor mir ja dankeschön danke jetzt brauche ich die treppe nicht mehr laufen so wo gehen wir lang ja du hast nicht nur sind angesprochen welchen plan haben wir ja ich würde sagen erst mal ja kommen schon mal skelette oh nein ja gut ich habe einen plan wir fangen jetzt an indem wir erstmal was bauen damit wir safe sind fach ich bin fast tot bist du tot aber war knapp war jetzt noch einer ich habe den auch nicht tot bekommen der rente jetzt gerade hinterher ist nicht mein problem hallo geh mal weg von mir wenn er mich jetzt gleich trifft dann bist du schuld danke aua au 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 nehmt sie aber verschont mich danke und da unten ist noch ein skelett wie sollen wir das denn überleben die erste nacht geben wir doch safe wieder drauf aua ja machte kalt willst du mich verarschen oh ich anderthalb herzen nur noch ja same wir haben nicht mal irgendwas zu essen doch wir haben was zu essen ich bin tot schade dann eben noch mal von vorne aber scheinbar funktioniert das jetzt mit den skeletten und so dann wird es nicht ganz so langweilig aber ich fange jetzt erstmal an indem ich hier holz abbaue würde ich sagen damit wir schon mal irgendwie ein haus bauen können aber wir haben uns jetzt einfach insel wieder verloren es läuft wieder sehr gut wir sind aber ganz schön viele monster ja schade ich baue jetzt mal holz ab hier vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder aber irgendwie jetzt habe ich natürlich vergessen in den letzten kommentaren wie das habe ich auch gelesen ja aber ich habe es vergessen zu merken wie das da jetzt war mit der map mit dem koordinaten ja ich habe es vergessen zu gucken was passiert ich sehe nichts hier ist nichts was schaden macht ich habe hier voll eine gepanscht gekriegt aber ich sehe nichts was mich gepanscht hat das schon arg merkwürdig hier passieren komische dinge ich glaube ich sehe dich da oben kein wunder und das ist mir zu gruselig richtige horrorspiel ja zumindest nachts man ist der tag ich weiß nicht hast du eine uhr die war aus ich baue jetzt hier fleißig holz ab in der hoffnung dass ich zwischenzeitlich nicht durch einen creeper sterben und ich habe dich wieder verloren ich habe ihren fall gehört das klingt nicht gut aus nach höhle ich auch alle unten sehe ich den namen ja ich bin jetzt extra nach unten geflüchtet ich hatte angst ja ich komme ich komme mit meinem neuen kumpel nein lassen auch noch nein der ist voll nett lass den mal ripper nein du kannst jetzt hier nicht runter kommen ich bin gerade am abbauen der schüchtern schüchtern ich glaube auch wir müssen jetzt holz abbauen damit wir wenigstens hier irgendwie geschissen kriegen mit sicherheit ja wir mal ganz cool da geht er jetzt auch richtig zur sache direkt vorspiel kennen die hier nicht wir hatten letztes mal schon so viel cooles zeug gefunden aber dann sind wir immer gestorben ja in diesem kisten leider ein bisschen hat sich verdünnisiert aber ist das jetzt noch die letzte die landkarte von letztem mal eigentlich schon ja wir standen ja da oben auf dem berg da haben wir uns wiedergefunden stimmt nach ewigkeiten auf stream erinnere mich nicht daran weit anstrengend verdammt anstrengend jetzt müssen aber zusehen dass wir uns was schönes bauen wie viel holz hast du 35 ist das viel also nicht ich glaube nicht was ist da ein zombie her am tag war es aber eingestellt du wolltest action jetzt hast du hast gesagt mach das mal das klingt interessant da hinten kommt noch ein skelett ich werde gleich ab ich werde abgeschossen hilfe woher kommen die man direkt zu zweit hilfe wir müssen weiter sagt er einfach wir müssen weiter und lässt mich allein zurück ich werde angegriffen hilfe dann komm ich bin noch unterwegs du hast einen pfeil im kopf und im arsch du auch lustig wir brauchen wir zu schleckern hier sonst haben wir echt schlechte karten wo sind die schweine aber vielleicht können wir auch erst mal irgendwie bären oder so essen gibt es doch auch ich will fleisch war klar vegan ist hier nicht vegan auf die bären haben auch bestimmt schon die tiere gepinkelt meint dann ist das nicht mehr vegan ja ich glaube nicht muss man veganer fragen ob er dann noch so koche ist ich hab's haha da da hier guck mal lecker du kannst die ja wenn du möchtest weil deshalb knochen feder ich bin nicht winnetou ich glaube ich bin mit meiner feder um meinst du das tut weh wenn man damit jemanden haut wie mit warte ich wollte das jetzt testen aber du bist auch so flink wie das komische warte doch mal was ich doch ausprobieren wo sollen wir denn jetzt mein haus errichten ja so ein spielverderber ich bin gefallen ich habe nur noch ein herz ich muss was essen wie esse ich denn noch mal mit rechten maustaste aber ich weiß nicht ob das leben macht oder nur ausdauer es hat nur hungerbalken hochgesetzt aber vielleicht hilft es ja auf lange sicht mein herzen steigen auf jeden fall lecker hähnchen ich habe noch weizenkörner kann man aber auch nicht essen das wird auch glaube ich nicht so schmecken wo bauen wir denn jetzt mal unser nest also nicht alles so folie wollen wir nicht erst mal gucken dass wir die karte vielleicht öffnen können und wie denkst du das zu tun vielleicht könntest du als super duper moderator einmal rüber gehen zu youtube und einmal in die kommentarspalte gucken ok eine ewigkeit später da stand drinnen auf f3 kann man sich das koordinatensystem anzeigen lassen ach du scheiße was das wie soll ich denn dadurch blicken wo ich schon dort mit koordinaten ich weiß es nicht wo soll man da jetzt denn finden wo man ist ja ich glaube da bei xyz linke seite zweiter absatz das erste ich bin jetzt zum beispiel bei bei 28.700 und 656 650.000 mehr 6.500.000 meine fresse warum ist der punkt zur scheiße gesetzt ok ja ja das macht sinn wo bist du bei 28.700 jetzt wird mir aber testen 28.000 warte falsche richtung ja das habe ich jetzt schon mal herausgefunden da ich sehe dich noch nicht hat verstecken ja doch gelaufen ja aber ich glaube wir können uns einfach nicht aus den augen verlieren das ist besser ja das glück ist manchmal einfach mit dem blonden hier ist doch schnuckelig oder nicht wir haben wasser so können wir eben ehrlich machen am besten so ja du baust ab ich baue auf war bitte mit so viel liebe wie ich es tun würde also gar keine soll schon schön frisch hier muss noch was weg ja ich bin dabei so groß muss es doch gar nicht werden ja aber früher oder später nervt mich da die ja nicht abbauen bricht ja kein nagel ab in dem ort machst ist nicht schlimm muss ich auch die steuerung wieder wechseln und das ist ja jetzt so ein thema das kennen wir ja bei mir er steuerung wechseln mit dem mit der feiltaste da ne jetzt wenn er da verliebe ist kannst du ja auch mal nützlich machen finde ich ganz einfach mithelfen bisschen was aufbauen eine stunde später zwei stunden später drei stunden später also muss jetzt hier mal reinkommen sonst haben wir hier echt schlechte karten mit heute nacht machst du perfekt dann würde ich sagen wenn wir die erste folge die nächste ich würde sagen dann beenden also ich finde sie jetzt echt gemütlich hier muss ich sagen ja total gerade mit dem pilz hier ja dafür geht mir zwar ein bisschen der hunger aber ja das ist ja dass du nachts keine heißhummer attacken schiebst ich habe damit gedacht gut dann würde ich sagen war es das für diese folge und wir schauen einfach mal dass wir in der nächsten folge vielleicht ein bisschen inventar bauen können und vielleicht auch ein paar rezepte anwenden können und nicht so oft sterben und uns verlaufen ja das wäre schon mal ein guter anfangen und ich würde sagen bis dahin sagen wir einfach mal jetzt jetzt kommt zieh mit tschüssi ich fange mit tschüssi bis dahin sagen wir tschüssi tschau sieh 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 sieh